Mein Name ist Roland Thürninger, bin Jörgen 1963, bin freischöpfernder Schauspieler und ich bin eine gültige Stimme. Die Person im Nebenzimmer, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so ausschaut, sitzt freiwillig da. Es steht aber im dringenden Verdacht, ebenfalls eine gültige Stimme zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020